Ich meine, natürlich, das war gekäppt, gekompt. Und das glaubt ihr jetzt ausnahmslos jeder. Wo war's? Da wo unten war's hinten, oder? Ja. Und jetzt muss ich so ehrlich sein, ich hab die Plattform nicht mal gesehen unterm Enden. Ich muss ehrlich sein, wo haben wir's auch gelassen? Ich weiß es nicht. Vielleicht in irgendeinem Geheimraum? So, ich hol's trotzdem. Nein, brauch's nicht. Einfach mal nicht. Nö, jetzt haben wir's schon. Ich spring drauf und dann gleich nach rechts. So, und jetzt auf die nächste Seite. Genau. Lauf! Dickerchen. Ach ne, da unten ist ja noch eine Plattform. Da können wir ja noch hin. So. Und jetzt Geduld. Geduld. Jetzt. Ruhig. 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 Und auf den Penner drauf. Dich mitnehmen. Auf den Penner drauf. Und jetzt. 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 Rüber. Vorsicht. Da kommt der. Scheiß. Rabe. Jetzt. Mitspringen. Und drüber. Vorsicht. Nochmal der scheiß Rabe. Jetzt so drauf. Ich wollte nicht. Das glaub ich dir sogar. Ich dachte ich steh noch am Rand. Alle weißt wer tot ist. Du. Nicht. Scheiße. Der war aber gekonnt. Der war gekonnt verkackt ja. Neun so behinderte Bananen noch und wir haben wenigstens wieder ein Leben. Hallo. Goodbye. Vier Bananen. Äh. Da kommt jetzt der Fette. Auf den musst du drauf springen. Ist okay. Der Fette der mich nicht mag. Der da genau. Der da. Der da vielleicht auch noch. Oh. Die hab ich jetzt nicht kommen sehen. Ich auch nicht. Ich. 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 Es war einfach auf Verdacht. Was. Okay. Das Game will mich trollen. Ich hab schon gemerkt ey. Nein. So. So. Und jetzt langsam. Langsam langsam. Spring gleich auf die nächste Plattform rüber. Genau. Und spring. Puh. Die hab ich nicht gesenkt. Ja. Kam ja auch erst. Geht ja aber auch nicht anders. Nein. Und. Jetzt. Komm. Nach dem Motto. Vielleicht ist er außerhalb vom Bildschirm und spuckt nicht mehr. Oh. Schade. Boah. Das ist scheiße. Der hat eben genau im selben Takt gespuckt. Weißt du was ich da machen muss? Wahrscheinlich nicht. Da muss ich auf der Ding drauf bleiben und dann gleich drüber. Das ist wahrscheinlich das gescheiteste. Oder einfach ich überleb so lange. Wobei mein Tod ja auch wieder sehr fragwürdig war gerade. Ja. Ja. Du hast aber jetzt in nur einem Glück gehabt. der war verkackt. Da bist du in der Luft stehen bleiben. Oh Gott. Oh Gott. Wie viel Leben haben wir noch? 11. Ey. Das müssen wir jetzt schaffen. Das. 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 Gott. Wir verkacken gerade auf ganzer Linie. Es ist aber auch nicht einfach der Schluss. Gut. Ich verkack am Anfang. Äh. Finde ich jetzt persönlich. Finde den Schluss eigentlich nicht zu schwer. Wir stellen uns bloß gerade richtig derbe an. Eben. Genau. Deswegen ist er ja so schwer. Wenn wir sich anstellen würden dann wäre alles einfach. Aber dann wäre das LP glaube ich langweilig. Ja. Einfach drüber. Einfach drüber. Oder so. Oder so. So jetzt probier's ich mal. Rüber. Ja. Glück gehabt. Haha. So. Jetzt den Neki. Und zwar ohne zu sterben. Jetzt. Wunderbar. Und rüber. Jawoll. So. Langsam. Du kriegst mich nicht. Genau so habe ich auch gedacht, dass ich noch auf der Plattform stehe. Das letzte Mal. Aber wir. Dann doch nicht. Haha. Gleich rüber. Und da. Warten. 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 Jetzt. So. Und jetzt dann gleich rüber. Da kommst du nicht hoch. Ha. Oder auch doch. Was hast du gesagt. Oder auch doch. Das war der letzte Gegner. Jawoll. Bitte, bitte. Ja. Wir können speichern. Speichern. Ah. Ab dafür. Ab dafür. Jetzt können wir wieder sterben. Ohne dass ich. Ah. Schön. Ah. 52%. Für das, dass wir eigentlich so kurz. Das ist eigentlich die letzte Welt. Für das, dass wir eigentlich relativ kurz vorm Boss dieser Welt stehen. Haben wir eigentlich nur 52%. Ach. Reih, reih, reih. Naja. Wenn einfach alles nicht auf 100% ist, das machst du einiges aus. Und der Wasserlevel. Das ist schön. Das sind zwar. In gewissen Spielen kacke. Doch hier. Geht's. Ja, ja. Unter Wassertempel. Eh. On the Legend of Zelda-Ocarina ofFrame. Eh. Not with me. Und alles für Bananas. Warte, warte, warte. Schau nach oben. Ob du nach oben durchspüren kannst? Hat ich jetzt gesagt. Hat so ausgesehen? Tatsächlich alles nur für Bananen. Okay. Ich bin etwas beleidigt. Sam Aber gut, mei Kann man nix machen Rechts oder links? Ähm Links Ja Nein Ich muss sagen, äh, Bananen Mein Tod war wenigstens sinnvoll Bananen Ja, oh Gott Die, die Dinger Pass auf, jetzt kommen da bestimmt gleich Qualen, genau Und Muscheln auch noch So, Bananen Ne, danke Oh Man kann so langsam nur schwimmen Ich hasse den Reiher, weil er Aus gutem Grund Okay Oh Das ist das nächste Ahem Diese komische Gemeinsamkeit Zwischen den ersten zwei Buchstaben Von Kong und K.O. Hätte die nur erwartet Also ich nicht Ja Schwimmer ist erst Nein Hi, du bist Vorher von rechts Kimmer Was du fragst, Ich hab den Fisch nicht gesehen Ich hab den Fisch nicht gesehen Ja, der kam ja auch vorher von rechts Und es war ein anderer Oh Gott Der Fisch hat sich gerade fies getan Jetzt komm Gut Wenn wir die Bananenstaub noch einsammeln Dann kriegt man ein Leben Das ist natürlich So, aber die andere oben Lass einfach sein Achtung, Fisch unten Der hat sich ganz fies Auf der Hintergrundtextu versteckt Ich könnte eigentlich wetten, dass noch ein paar Muscheln kommen Aber okay Einfach nach oben Man sieht, ich spiele vorsichtig Man sieht, dass wir nichts sehen Der ist total grün durch viele Abwässer Ja Ja, wir sind ja auch immerhin mitten in einem Ölfabrikgelände, sag ich jetzt mal Industrie Ich hasse Qual Die schauen irgendwie total akkur aus Oh ja, ja Wo bin ich? Hallo Oh Gott Ich kann mich erinnern So Was ist da? Nein Da ist ein Fisch Ja, ich hasse diese Fische Der hat sich von unten angeschlichen Boah, da war ich zu langsam Ja Da bin ich nicht schnell genug nach rechts gekommen Ja, ich hab's gesehen Lein nach oben ist Korholen Ach, wir hatten die Mitte ja noch gar nicht Moment Das war ja ein Decay-Fast, was ich aufgenommen habe Nicht die Mitte Ja, so kann man sich täuschen Ja, dann Das wird scheiße So, Fisch Was ist Fisch? Ja, ja Jetzt kommt Beware Danger Fisch im Umlauf Und jetzt kommt eine Qualle Und jetzt kommen die zwei Rum, 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 rum Und jetzt geht's nach oben Und jetzt kommt Da ein Fisch Agro Fisch Agro Ich Wollte gar nicht so weit hoch Egal, ist gleich Ein Decay-Fast Da kommen jetzt nur zwei Quallen Und dann unten Ein Decay-Fast Und dann Dieses hässliche Was ist das eigentlich? Komische Reifen Was sind denn komische Stachelreifen im Wasser? Naja Spieldesign und Logik zu hinterfragen Ist manchmal ein Fehler Ja, das war knapp Bam K.O. Das sind wir zum Glück nicht Noch nicht Nee, noch nicht Waren wir aber schon bis öfteren Das ist eigentlich peinlich Hier ist aber mit dem Delay Eigentlich fast nicht zu vermeiden Wait for it Wait for it Und go Sehr schön Oh, die Mitte Nimm zuerst die Mitte Dann kannst du immer noch schauen Ob da unten ein Keimgang ist oder so Nö Nö Aber da unten sicherlich Bananen Ich zicke aus Gotta catch them all Ich hab so Irgendwie Ich hab irgendwie so das Gefühl Dass es in den Unterwasserwelten Einfach Keinerlei Geheimgänge gibt Zumindest im ersten Teil Und im zweiten Weiß ich es gleich Von der ersten Unterwasserwelt Dass Boah, ich war aber nur Die Bananen mitgenommen Du bist direkt In den Fischnecklaufer Nein Nein Ich bin reingeschwommen Und er schieße Fast Nein, ich bin nicht Mal nicht so green Nein, nein, nein Einfach die Bananen ignorieren Und den Fisch nicht vergessen Aber zu mir was sagen Aber zu mir was sagen Ja, ich Ich hab gesagt Du bist reingeschwommen Ich behaupte nicht Dass ich es nicht Dass ich nicht Aneischwimm So, unten bleiben Und jetzt bleiben wir Einfach ganz unten Und schwimmt Über die drüber So Vorsichtig Vorsichtig Nach rechts Ich taste mich Ganz vorsichtig Nach oben Da war der Fisch schon wieder Da ist ein Hai Da sind bestimmt Nur Bananen dahinter Wua Moment Wenn es da so ein Ding ist Geht es dann da hin Warte Vorsicht Ja, Alter Wo geht es denn hier weiter Äh, ganz Im Verlauf der Bananen Wahrscheinlich oben Stimmt Es ist rechts Das heißt Was heißt Ach, na, der ist schon vorbei Der Hai ist da Boah Da warst du zu schnell Das ist wahrscheinlich Unguard dahinter Ich könnte es mir fast vorstellen Ja Bedenk, wir haben aber nur sieben Leben Ja, einmal Ja, ich wollte es noch angemerkt haben Und bin mir umgespeichert Ja, wir haben gespeichert Das stimmt Bis zu dem Kacklevel Kommen wir auf jeden Fall noch Da kannst du eigentlich beim Hai auch vorbeischwimmen Das geht eigentlich einmal außenrum Nein Oder auch nicht Aber da geht es hinten auf jeden Fall hoch Ja Ja, probierst du das jetzt du nochmal Ja, ich probier's nochmal untenrum Weil der Hai anscheinend doch im Weg ist Und lass der Zeit nach dem zweiten Nach dem ersten Ja, ich bin da so nervös Ja, ich bin da Semin Und nur noch aus der privilität Ja, ich bin Ich bin ja O